Geben Sie Gas, Catch! Bereit machen für Einschlag! Weißliche Panzer sind da! Walfur! Information, haltet! Los, Feuer, hör wieder! Geben Sie! Musik UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Technologie hat schneller als man denkt, wie man es benutzt hat. Deine, deiner, es nicht wichtig. Diesen Krieg würde, dass von Oceabed zu Mountaintop, der größte Killing-Maschine ist man. Sie sind in den Kassen, dann können Sie die Kassen. Sie werden mit dem Kassen zurückgezogen. Sie werden mit dem Kassen. Musik Total War brought death home. It wasn't just about the soldiers on the front. This time, the Crosshairs found the workers in the assembly line. They found the commuters on the train. And they found the children in the schools. You know what? How many years am I? You know what? They found the soldiers on the streets. They found the soldiers out there. And they found the soldiers in the barracks. They found the soldiers in the funk. Untergerichtet! Hört die freundlichen Jäger an! Schnell! Schnell! Gelb 7! In Formation bleiben! Nähere Luftziele direkt vor uns! Gustav 3 und 4 hochziehen und eingreifen! Gustav 2 bleibt bei mir! Schnell! Formation halten, Geschmader! Abdrehen! Schnell! Sechs Uhr! Die Meeresspferd! Vorsicht Gelb 6! Fein leert sich auf zwölf Uhr! Gelb 7! In Formation bleiben! Versteigt euch! Versteigt euch! Versteigt euch! Geht in und auf! 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 Los geht's! Der ist zu viele von ihnen! Der ist zu viele von ihnen! Sie sind von dieser Seite! 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 Man's unworthiest creation! What led it back to us? Does a hidden hand guide it? Birthing us in violence and blood? Ending us in fear? Alone? Until you've pulled the trigger on an enemy, you're not ready for war. You're only ready to die. Beginnings. Ending. 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 In between one and the other. Between first and last. Always searching. Sometimes finding. Brothers. Sons and daughters. Mothers and fathers. We have no world without them. And there is no other world. Her fortress is her faithful heart, her pride is suffering. And her ways, a ways of gentleness, and on her paths of peace. Thank you. 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 You still have the explosions on you? Yeah. And I've improved them with my own special recipe. Thank you. Thank you. You two. You know what to do. Careful with this one, Mason. Get your leg over. Get your leg over, and pull yourself up. Das ist ein Stuka. Inkommen. Die Planeten sind bereit, zu blow up. Ja. Ja, das ist sie, okay. All right, watch your head here. Last thing I need is you bleeding all over the place. Have you been here before? Do you know where we're going? Oh, yeah. I come here all the time. I bring the missus a lot sometimes. So that's a no then, is it? You don't know where we're going. Listen. This job requires a certain amount of think on your feet. Do you understand? Right. Yeah. Right. Here's a good spot. Now take a look around and survey the area. Looks like lots of rubbish. Maybe an alarm. Yeah. Probably a radio too. Now it's going to be best to watch out for both because we don't need more enemies showing up. Maybe an airstrip off in the distance. The hangar there is most likely secured. So once you're down there, put your finger out your arse and find a way inside. See some barrels over there. You know I wouldn't try using them for cover. You never know what's inside. Looks like a squad over there. Yeah. All right. All right. All right. All right. Go. I'm on it. No time to wait son. Down you go. Whoa! Easy! Easy! You horrible bastard, Mason. Fuck this for a dime of soldiers. Stop, Geyer! Ein verdammter Soldat! Direkt hier! Ein Flugzeug! Die Miskerle! Die Miskerle! Gehen wir in den Streik! Auf die Miskerle! Eine Flugzeug! Einer von uns ist am Boden! Die Miskerle! Sehen Sie! Die Miskerle! Die Miskerle! Die Miskerle! Ei, der wird nur ein Zuch be SPEN! Sie Employieren Sie! Ich versiniere die M위 für Wider! Ich slope den Sie! Soll er macht euch nicht ¡Begate! Der wird doch alles dabei! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Mit der Basis! Verdammt, zweit direkt hier! Geht euch auf, bitte! Sucht alles ab! Geht euch auf, bitte! A Handwall get inside. Achtung! Achtung! Achtung auf die Suche! Achtung! Wer kommt aus, der Nase? Achtung! Ich komme und hole euch! Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme! Oh, 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 oh! Jedeh! Keiner! Lass Sie auf! Keiner auf! Sie wird gewuffen! Lauf! Lauf! Enten wir Deckung! Kann sie nicht sehen! Ja! Auf Sie! Ich gehe zu Ihnen! Halte Sie den Rücken frei! Was? Halte Sie! Sie sind da drüben! Stopp! Hier drüben! Hier drüben! Ich glaube, wir müssen Sie mehr bemerken. Du wirst nicht wissen, was er ist. Ich weiß nicht, dass ein Blast von dieser Schönheit verletzt wird. Hallo, sweetheart. Hier, hier! Ihr Bombs haben fast mich verletzt. Ja, das ist weil meine Bombs sind weg. Was ist yours? Die werden nicht aufhören. Was ist das? Jesus Christus, Bridget, hast du deine Bombs gelegt? Wait für ihn. Ich sage dir jetzt, diese Spezial-Explosiven von dir, besser werden wirklich wirklich spezialisiert. Wait für ihn. Bridget. In ein second, jetzt. Oh, mein Gott. Mein Gott. Hier sind wir. Fritz's Schitter. Und ich versuche dir, dass du eine Sache machen kannst. Eine Sache, die du mir sagst, dass du ein großer Ex-Port in bist. Kann ich nur sagen? Nein, du kannst. Was war das denn? Ich habe immer wieder tees-ing-problems. Tees-ing-problems? Das macht mich gar nicht lachen. Ich könnte das mit einer fein-lösen-Light-Brieze, ein Speck-A-Rain, oder ein Tiny-Teen-Bird, perched auf der Wing, würde das mehr schmerzen. Ich kann das Schitter aus dem Sky. Ich versuche nicht, dass du dein Ex-Port auskommst. Das ist ein guter Mann. Oh, hello. You want something old, do ya? Oh, hello. Oh, hello.